Wenn du gut leben willst mit einem gesunden Herz Cardio-Balance ist die Lösung, der natürliche Weg ganz ohne Schmerz Blutdruck im Griff, keine Arrhythmie mehr Kümmere dich um deine Gefäße, darauf kannst du schwören Mit Cardio-Balance wird deine Gesundheit besser sein Dein Herz wird stark und lässt dich nie allein Gezumbe Gefäße, ganz ohne Sorgen Hol es dir jetzt für ein besseres Morgen Ich sterb dein Gewebe, bekämpfte Platonie Mit natürlichen Zutaten, das vergisst du nie Verlier keine Zeit, kümmere dich jetzt um dein Herz Cardio-Balance ist was du brauchst, die beste Arznei, ganz gewiss Erhältlich in Österreich, Deutschland und auch in der Schweiz Mit dem offiziellen Link, es ist nur ein Klick, ganz ohne Preis Individuelle Betreuung, direkt für dich Hol dir Cardio-Balance und leb gesünder sicherlich Also nutze die Chance, verteil nicht lange mehr Der offizielle Link ist dann den Kümmeter sehr fair Hol dir Cardio-Balance, pflege dein Herz gut Mit ihm geht deine Gesundheit auf die feste Route Oh 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 Es stärkt dein Gewebe, bekämpft du Pertonie Mit natürlichen Zutaten, das vergisst du nie Verlier keine Zeit, kümmere dich jetzt um dein Herz Kommst dir jetzt für ein besseres Morgen Es stärkt dein Gewebe, bekämpft du Pertonie Mit natürlichen Zutaten, das vergisst du nie Verlier keine Zeit, kümmere dich jetzt um dein Herz Kardiolbalance ist, was du brauchst, die beste Arznei, ganz gewiss Erhältlich in Österreich, Deutschland und auch in der Schweiz Mit dem offiziellen Link, es ist nur ein Klick, ganz ohne Preis Individuelle Betreuung, direkt für dich Hol dir Kardiolbalance und leb gesünder, sicherlich Also nutze die Chance, warte nicht lange mehr Der offizielle Link ist da und denk im Kommentar sehr fair Hol dir Kardiolbalance, träge dein Herz gut Mit ihm geht deine Gesundheit auf die beste Route Toll kitgesunde, sicherlich Oh die Kardiolbalance, karuss whatever it is Got die Merkel tuned, durch die erste Orte Soll du dir поним 말이, gegner, bollst dein Herz, dass dein Herz gut Mit ihm geht deine Gesundheit auf die beste Route Oh, 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 oh Knöpkezonder, sicherlich